Eine gut gepflegte Zwei-Zimmer-Etagen-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Potsdam-Bornstedt. 1998 wurde das Mehrfamilienhaus erbaut. Die Wohnung wurde stufenlos zugänglich gebaut. Die Wohnung verfügt über einen Keller und einen Garagenparkplatz. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Die Wohnfläche der Etagenwohnung liegt bei ca. 53 Quadratmetern. Die Kaltmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 430 Euro. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns.